Green Pool Challenge Wir sind dabei! Green Pool Challenge macht's! Green Pool Challenge Rosen! 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 Wir möchten Sie einmal recht herzlich bedanken bei der Firma Haagassner, dass Sie uns nominiert haben. Freut uns voll, aber das Bier trinken wir trotzdem selber und Jasner dann auch selber. Das zahlt man sich sicher nicht. Das tun wir sich nicht an. Natürlich wird das Ganze auch für einen guten Zweck sein. Wir werden 1.000 Euro an den Lebenshilfeil Brauner spenden. Das machen wir. Und natürlich dürfen wir wieder ein paar nehmen nominieren. Irgendwo möchte ich da weiter tun. Auch eine gute Todesmacher. Wir haben einmal gedacht auf die Firma Frauscher Thermal Motors in San Marienkirchen. Sepp, viel Spaß. Das nächste wäre die Firma Lugmaier-Führräder. Und natürlich müssen wir wieder im Tor flossen. Da hätte man auf die Firma Reitinger gedacht. Karl und Klausi, viel Spaß. Danke. Wenn wer nichts tut, auch kein Problem. 50 Liter Bier und ein Jasner mit mir auch. Sonst wird es nicht mehr Erfolg sein. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.